Hallo und herzlich willkommen hier bei Marcel & Vogel. Heute, Leute, wir wollen uns heute eine Nerv zeigen. Ja, wir wollten heute eine Nerv vorstellen, Leute. Äh, ja. Eine Nerv, die habe ich mir erst mal kurz gekauft. War schon ein bisschen her. Äh, Modul, Modulus, Modulus heißt das, Modulus, hier steht es. Ja, und natürlich kann ich schon nicht schießen, weil das leer ist. Also das heißt, hier kann man es laden. So ist es, es ist arschleitbar, wenn ich das hier drücken würde. Warte, ich blende das mal gerade ein. Hier drücken würde, Leute, dann schießt das raus. Natürlich sind noch keine Pfeile drin, also kannst du auch noch nicht schießen. Also ich kann jetzt so grobe machen. Ihr hört es, Leute. Und da ist natürlich noch nichts drin, seht ihr. Nee, das kann man auch so wegmachen, wenn man hier die Pfeile reingetan kann. Wir sehen uns gleich, wenn ich die Pfeile reingetan habe. Okay, Leute, ich habe jetzt die Pfeile reingetan. Hier. Hier lade ich wieder. Zack. Geladen, wenn ich jetzt hier drauf drücken würde. Und schießt ein Pfeil raus. Und das probieren wir jetzt aus. Er ist Meter weit geflogen, Leute. Warte. Ich hole ihn mal wieder. Ich fahre jetzt ein bisschen weit. Hier ist er wieder, Leute. Entschuldigung, wenn ich gerade aus der Kamera reingetan bin. Hier ist er wieder. Ich fahre hier wieder schön rein. Also, Leute, er schießt Kilometer weit. Und das wollen wir jetzt einfach mal gucken, wie weit er schießt. Okay, Leute, hier sind wir wieder. Ich habe jetzt mal gerade was Kleines aufgebaut. Ihr seht es, warte. Zoom mal mehr ran. Leute, ich habe gerade gemerkt, ich kann gar nicht mal ran. Entschuldigung. Aber ihr seht es hier. Warte, ich gehe auch mal hin, Leute. Ihr seht es hier, Leute. Hallo. Ihr seht es, hier ist so eine kleine Fläche aufgebaut. Ja. Und die wollen wir jetzt einfach mit die Kuhlenorf hier abschießen. So. Gucken wir mal. Ich hoffe, wir treffen. So. Jetzt mal laden. Ja. Nix. 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 Und jetzt wollen wir mal richtig starten, Leute. Und. Ha! Habt getroffen, Leute. Ihr habt gesehen, das ist so ein bisschen weggegangen. Damit lassen wir hier alles wieder. Auf, Leute. So. Äh, wo sind die Angupfälle? Also, die sind... Uh, uh, uh. Ich lasse mal zwei haben hier. Dann gehen wir gerade so hin. Wo sind die anderen Pfeile hingeschossen. Ähm. Ja, Leute. Ich weiß nicht, wo die anderen Pfeile hingeschossen sind. Ähm. Ach so, Leute. Ich glaube, hier hinten war noch ein Pfeil. Ja, genau. Hier hinten ist ein Pfeil. Genau. Hier war noch irgendwo ein Pfeil. Ja. Also, ein Pfeil haben wir schon mal. Wieder. Jetzt brauchen wir noch ein Pfeil, Leute. Dann haben wir wieder vier. Ja, aber der andere Pfeil sehe ich jetzt gerade nicht. Ich mach grad hier. Ne, okay, Leute. Den anderen Pfeil muss ich gleich mal, äh, suchen. Also, ich hab hier wieder drei Pfeile. Ähm. Die tue ich wieder hier rein. Jetzt wollen wir einfach noch mal probieren. So, den anderen finde ich jetzt nicht. Ich will aber gleich noch mal gucken, Leute. So. Hier hinten wieder. What the? Okay, der eine ist da hingeklungen. Und nun mal wieder. Ach, hier ist auch direkt der zweite, Leute. Ja. Hier ist auch direkt der zweite. Jetzt seh ich das. Okay. Und. Nein, auch nix. Ja, das ist wieder leer, Leute. Hier ist es leer. So, jetzt werden wir noch mal mit vier versuchen. Und mal mit vier versuchen. Eins, zwei, drei, vier. So, die tue ich mir noch alle mal da rein. Jetzt werden wir uns noch einmal versuchen, Leute. Wir haben einmal mal getroffen. Aber wir werden es jetzt noch mal versuchen. Was hab ich jetzt wieder versucht? Mit von der Niete. Deswegen. Nerf ist wieder aufgeladen, ihr seht's. Und. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Ausgeschossen. Ja. Leider auch. Eine Niete. Zack, zack. Zack und die Säte. Zack. Ja. Leute. Auch eine Niete. Ja. Wir sehen uns gleich. Okay, Leute. Das war's mit das Video. Mit dem Nerf. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben, einen Daumen nach unten. Natürlich, wie euch das gefallen hat, Leute. Vergesst euch zu abonnieren und die Glocke anzumachen. Ihr habt natürlich kein Video mehr verpasst von uns. Ja. Ja, Leute. Die Nerf ausprobiert, Leute. Ja. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Marcel.